Geburtsjahrgang 1964. Schafft sich die Rente mit 63 nicht von selbst ab? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten, heute ist der 9. Juni 2023, ja eine sehr, sehr heftige Diskussion um die Rente mit 63 erlebt. Unter anderem hat der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn die sofortige Abschaffung der Rente mit 63 gefordert. Er hat mit der Rente mit 63 die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in der Version, die wir zum 01.07.2014 kennen, sicher gemeint. Das ist die Altersrente, die es damals für den Geburtsjahrgang 1952 schon mit Vollendung des 63. Lebensjahres möglich war. Aber dazu musste man dann auch die entsprechenden Wartezeitjahre, 45 Jahre nachweisen. Und deshalb heißt auch diese Rente mit 63, Rente mit 63, weil sie genau für diesen Geburtsjahrgang 1952 damals möglich war. Danach eben nicht mehr. Und jetzt stellt sich natürlich die spannende Frage. Ja, lieber Herr Spahn und andere führende Politiker, vielleicht wissen Sie es ja gar nicht, aber können Sie sich vielleicht vorstellen, dass sich die Rente mit 63 nicht von selbst abschafft? Ja, meine Damen und Herren, das ist relativ eindeutig. Die Rente mit 63, so wie sie als politisches Schlagwort seit 2014 bei uns bekannt ist, schafft sich mit dem Geburtsjahrgang 1964 de facto von selbst an. Wer 1964 geboren wurde und die 45 Jahre Wartezeit nachweisen kann, der kann erstmals im Jahr 2029 mit Vollendung des 65. Lebensjahres in diese ominöse Rente mit 63 gehen. Deshalb schafft sich de facto in den nächsten fünfeinhalb bis knapp sechs Jahren die Rente mit 63 sowieso ab. Deshalb, meine Damen und Herren, auch führenden Politiker der führenden Parteien, sie führen aus meiner Sicht eine Scheindiskussion um diese Rente, denn wir wissen alle, dass die Geburtsjahrgänge zum Beispiel 1960, 1959 oder 61 gar nicht mehr mit 63 in diese Rente gehen können, sondern die müssen deutlich länger warten, denn die Renteneintrittsalter oder die Renteneintrittsgeburtsjahrgänge wachsen sozusagen immer mehr an. Das kann man auch in den Übergangsvorschriften des SGB VI eindeutig nachlesen und in den dort abgedruckten Tabellen. Also, meine Damen und Herren, machen Sie sich bitte keine Sorgen. Die Rente mit 63 wird aktuell in der aktuellen Legislatur nicht abgeschafft. Was natürlich in den nächsten Jahren passiert, das wissen wir nicht. Aber wir gehen davon aus, wenn der Gesetzgeber hier nicht eingreift, die Rente mit 63 schafft sich spätestens mit dem Geburtsjahrgang 1964 von allein ab. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.